Ach, Fairland, dann bist du nur so okay. Sehr. Alles klar. Was ist los, Bro? Was ist los? Willst du Elite oder nicht? Willst du Elite oder nicht? Keine Ahnung, was der da an Abseits gesehen hat, aber langsam wird es eng. Langsam wird es eng. Nein! Nein! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nein! Griezmann, boah, sein Keeper kommt raus. Hier nochmal der Roulette. Ich schwöre nochmal nach unten. Modric! Auf die Latte! Modric ins Tor! Aber ja, der spielt jetzt seit der Roten sowieso nur noch so halbherzig. Und das ist auch der Rage-Spit. Jetzt wird es auch so nach oben. Ja, der ist gekommen. ich kläre den ball immer viermal viermal nein nein du glaubst nicht was das gerade war er hat glaube ich gerade drei drei oder viermal Aluminium getroffen hintereinander in den letzten zehn sekunden hat er glaube ich fünf schüsse gehabt und am ende geht er doch noch rein und wieder ein seltener es leuchtet lol silberspieler mit ein silber lol wir haben den silber in form lol leute im bronze packen silber in form gibt es mal jemand jungen 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 drei solche tore der sollte wirklich mit fifa 95 wieder anfangen und den macht er nicht ich lasse ihn mal einlaufen guck nächstes spiel krieg ich wahrscheinlich fünf oder aufgesagt aber jetzt gerade nicht so drei zwei 1 ein baffin linker fliegel die 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 Ich habe keinen Tackle gerückt, nix. Ich habe keinen Tackle gedrückt. Ich mute mich für den Rest des Games. Dann würde ich alles sagen. Digga, wie hält der den nicht? Ich will mal als heftiges ziehen. So ein Scheiß-Ding-Spieler wäre schon angebracht. Hero-Spieler wäre geil. Oh, ich ziehe. Lila. Was ist das? Krasilien in Verteidigung. Ja, mal tot. Oh, nee. Das ist eh der Militao. 84. Schick mal, schick mal, äh, Snap. Digga, Eda Militao ist echt krass. Wenn du, äh, Digga, den kannst du echt gut verkaufen. Ich habe mit Jovic noch drin. Glaube ich. Blau. Guck mal, guck mal, guck mal, der hat jemand gekauft für 450k. Warum muss ich so schwitzen? Und dann sowas. Ich, mir fehlen die Worte. Äh, mir fehlen echt die Worte. Mal gucken. Vielleicht können wir das ja noch überbieten, eventuell. 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 Walkout. Frankreich. ZM. Wo ist los? Tschüss. Ade. Walkout. Let's go. Oh. Holland, Innenverteidiger. Van Dijk. Van Dijk. Ich habe Van Dijk gezogen, Junge. Ich habe Van Dijk gezogen. Ich habe Van Dijk gezogen, Junge. Ich habe Van Dijk gezogen. Ich habe Van Dijk gezogen. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020